Warum die Beine in den Bergen wichtig sind, gut, darüber müssen wir, glaube ich, nicht lange diskutieren. Aber da es in den letzten Wochen immer hauptsächlich um die Distanz gegangen ist und um lange Workouts in irgendwelchen Zonen, beschäftigen wir uns heute mal mit dem Thema Kraft, was das bringen kann und wie man sie trainiert. Ausdauer, klar, das brauchen wir noch und nöcher, wenn wir in den Bergen gerade beim Wanderurlaub auf Mehrtagestouren unterwegs sein wollen. Das Problem ist nur, dass oftmals dabei auf den Aspekt der Kraft und der Kraftausdauer vergessen wird, wenn es um die Vorbereitung geht. Mit unseren Ausdauerübungen und den Herzfrequenzzonen haben wir ein ständiges Training für unser Herz-Kreislauf-System ja mittlerweile hoffentlich alle in unseren Alltag integriert. Und vielleicht schafft ihr es ja auch mittlerweile, euer Pensum stetig zu steigern und dementsprechend euer Ziel erfolgreich erreichen zu können. Doch jetzt bleibt die Frage für euch, habt ihr euch schon über das Krafttraining für die Beine Gedanken gemacht? Oder trainiert ihr vielleicht sogar die Oberschenkel und Waden regelmäßig? Schreibt uns das gerne mal vorweg in die Kommentare, denn die Kraft, ja, die brauchen wir auch beim Wandern und beim Bergsteigen. Grund dafür ist, dass wir Kraft vor allem dann brauchen, wenn außerordentliche Herausforderungen anstehen. Und zwar außerordentlich für die Beine, nicht für euch. Das kommt zum Beispiel auf schwierigeren Klettersteigen immer wieder vor. Das hohe Ansteigen auf Bügel oder über eine Felskante hinweg zum Beispiel. Aber auch beim Bergsteigen, die hohen Stufen beim leichten Klettern oder auf steilen Wanderwegen. Das alles braucht die entsprechende Kraft in den Oberschenkeln. Wenn das aber jetzt über längere Zeit anhaltend vorkommt, dann brauchen wir auch Kraftausdauer. Deswegen gibt es im Anschluss nach den Übungen auch einmal einen Plan für die Kraft und einmal für die Kraftausdauer. Aber Moment, wie sollen wir denn ein Workout, das 30-40 Minuten dauern, bei einer Woche Wandern helfen? Auch bei Kraftausdauer und dem Training sind zwei Faktoren für die künftigen Bergtouren entscheidend. Erstens, die Regeneration nach jeder Belastung wird besser, je trainierter der Muskel auch im Bereich der Ausdauer ist. Das ist auch irgendwo logisch, denn bei guter Kraftausdauer bleiben die Muskulatur am Ende des Tages auch noch mehr Reserven und damit entsteht eine geringere Belastung pro Tag. Der zweite Punkt ist das Hinauszögern der ersten Erschöpfungszeichen wie Muskelkater oder Ermüdung. Ist man sieben Tage wandern, entsteht für das Gesamterlebnis letztlich ein großer Unterschied, ob man erst nach vier Tagen müde ist oder schon nach dem ersten Tag. Doch wer Kraftausdauer haben will, der braucht erstmal Kraft. Und die trainieren wir zwar einerseits beim Bergsteigen, aber da wir für die Berge trainieren und nicht in den Bergen, gibt es heute einige Übungen aus dem Kraftsport, die wir einfach für unsere Zwecke ganz ohne Berge missbrauchen können. Fangen wir mit leichten Übungen an und steigern uns stetig, um für jede Leistungsgruppe die richtigen Trainingsreize zu finden. Fangen wir bei Übung Nummer 1 an. Der Übung, die wir alle zumindest wahrscheinlich noch aus der Schulzeit kennen. Squats oder zu deutsch Kniebeuge. Die Kniebeuge sollte die Basic-Übung für uns alle sein. Wer sich mit der Übung wirklich schwer tut und keine 10 bis 15 Wiederholungen hinbekommt, der sollte die restlichen Übungen sich als coolen Ausblick für die Zukunft hinstellen. Aber definitiv noch an der Basic-Übung arbeiten. Bevor man weitere Übungen oder Variationen überlegt, sollte man von den Squats etwa 20 Wiederholungen zu je 3 Sets schaffen. Das ist dann schon mal eine solide Basis für die weiteren Übungen. Bei der Kniebeuge muss man sich nicht mit dem Arsch bis zum Boden quälen. Je tiefer, desto besser gilt nämlich für den Bergsport nicht. Wir müssen ja daran denken, dass wir den Kraftsport ja nicht für schöne Muskeln, Bodybildung oder die Strandfigur machen, sondern für möglichst praktische Anwendungszwecke beim Bergsteigen. Genau deshalb gilt, dass ein spitzer Innenwinkel zwischen Ober- und Unterschenkel bis zu 70 Grad in Ordnung ist. Alles weniger als das wird beim Bergsteigen nicht wirklich eine praktische Anwendung finden. Schließlich sind solche Stufen und Steige ja eher nicht üblich. Die Geschwindigkeit sollte weder extra langsam noch extra schnell sein. Wir gehen ja beim Bergsteigen auch nicht extrem schwungvoll, aber auch nicht in Zeitlupe aufwärts. Nun kommen wir zu einer Variation, die ich euch empfehlen kann, wenn ihr keine Langhantel zu Hause herumfliegen habt. Wird euch die klassische Kniebeuge nämlich zu schwer, kann eine Langhantel mit Gewicht drauf die Übung schwieriger werden und noch mehr Reize setzen lassen. Hat man keine Langhantel zur Hand, geht das aber auch mit dem klassischen Bergrucksack unter folgenden Umständen. Der Rucksack ist im Handling etwas umständlicher bei der Übung als eine Langhantel. Da die Langhantel mit dem Schwerpunkt direkt über dem Körperschwerpunkt aufliegt, ist keine Haltungsveränderung notwendig. Der Rucksack aber hängt hinten dran und zieht euch etwas runter. Das muss dementsprechend ausgeglichen werden. Macht man das nicht, kann es zu weiteren Haltungsproblemen führen. Starke Bauch- und Rückenmuskeln und eine gesunde Haltung können dem Ganzen aber vorbeugen. Eine Alternative ist es, bei der Kniebeuge den Rucksack über dem Kopf zu halten. Das braucht aber dann auch wieder mehr Kraft in den Schultern. Kommen wir zur nächsten Übung, die vor allem neben Kraft auch die Stabilität effektiv trainieren kann. Dem klassischen Ausfallschritt. Dabei sollte ebenfalls wieder darauf geachtet werden, dass man während der Ausführung bei beiden Beinen etwa einen 90 Grad in den Winkel zustande bringt. Dieser simuliert nämlich wieder die klassische Bergbewegung. Ausfallschritte mit deutlich weiterem Abstand zwischen den Füßen sind zwar ebenfalls eine spannende Übung für das Gesäß beispielsweise, betreffen die Wanderbewegung aber nicht so sehr. Auch hier gilt wieder, die Geschwindigkeit ungefähr einem typischen Bergsteigen anzupassen. Was bedeutet nicht explosiv rausdrücken, aber auch nicht extra langsam. Die nächste Übung, wieder eine Variation des Ausfallschritts. Man legt das entlastete Bein auf einen Hocker, eine Box oder irgendwas ähnliches. Die sollte zwischen 30 und 40 Zentimeter hoch sein. Am Ausfallschritt und der Ausführung an sich ändert sich nichts, außer dass eben das entlastete Bein jetzt höher liegt und damit das belastete Bein etwas mehr Last zu tragen hat. Die Box können wir uns gleich behalten. Die können wir nämlich richtig gut gebrauchen, denn mit der können wir auch im Flachen und zu Hause bei Schlechtwetter das Bergsteigen mehr oder weniger simulieren. Dabei steigen wir auf die Box und steigen dann wieder runter. Das können wir prinzipiell unendlich oft wiederholen. Erschweren können wir diese Übung übrigens auch mit einem Rucksack. Das macht die Übung nochmal deutlich realistischer, weil wir am Berg, gerade bei Mehrtagestouren, ja auch immer mit einem ordentlichen Rucksack unterwegs sind. Kommen wir aber gleich zur nächsten spannenden Übung. Das Wadenheben. Die Wadenmuskulatur, die brauchen wir beim Bergabgehen etwas mehr als beim Bergaufgehen. Doch das Bergabgehen an Tag 1 kann oftmals schon der Grund sein, warum wir an Tag 2 überhaupt kein Interesse mehr am Wandern haben. Wadenmuskelkater ist einfach scheiße. Bei der Übung stehen wir ganz einfach am Boden, stellen uns auf ein Bein und können uns zur leichteren Stabilisierung auch gern an der Wand oder an einem Sessel anhalten. Dann stellen wir uns in normalem Tempo, also nicht super schnell oder nicht langsam, auf die Zehenspitzen, so weit es eben geht. Oben angekommen, senken wir die Ferse wieder ab. Und zwar so weit, bis wir kurz davor sind, das Gewicht wieder auf die Ferse zu verteilen. Genau das wollen wir aber nicht, weil wir damit ja wieder eine komplette Entlastung erzeugen wurden. Die Ferse bleibt also knapp über dem Boden in der Luft, die Wade damit auf Spannung. Die Bewegung wiederholen wir jetzt immer weiter, bis unser Set vorbei ist. Eine gute fortgeschrittene Übung für die Oberschenkelmuskulatur ist übrigens die einbeinige Kniebeuge. Mit der kann man sich, wenn man alle anderen Übungen als zu leicht empfindet, nochmal ordentlich fordern. Dabei gibt es verschiedene Formen. Entweder die sogenannten Pistol Squats, bei denen man das entlastete Bein nach vorne ausstreckt. Oder aber man macht es sich etwas einfacher, indem man das andere Bein anzieht und damit den Schwerpunkt leichter über dem belasteten Bein halten kann. Theoretisch kann man auch das wieder mit Gewicht nochmal deutlich schwerer machen. Aber ich möchte gleich dazu sagen, die tiefen einbeinigen Kniebeugen sind nichts, was man auf einer Ausdauerbasis, also 30-40 Mal können muss, um gut bergsteigen zu können. Es ist eine nette Kraftübung für zwischendurch, aber muss nicht notwendigerweise ins Endlose gesteigert werden. Zum Schluss kommen wir jetzt nochmal zu einer Übung, die der dynamischen Kniebeuge und der Idee sehr ähnelt. In diesem Fall aber nicht die Streck, sondern die Beugebewegung erschwert und damit auch eine tolle Abwechslung ist und für das Bergabgehen praktisch ist. Dabei einfach etwas breitbeiniger hinstellen und dann einseitig in einer Art Kniebeuge bewegen. Dabei kann das entlastete Bein etwas nach außen rotieren, um die Bewegung etwas einfacher zu machen. Für das Hochdrücken kann man das zweite Bein in einer Art Zugbewegung zur Hilfe nehmen, damit die Drückbewegung etwas einfacher als bei einer einbeinigen Kniebeuge ist. Kommen wir jetzt noch zu den Wiederholungen. Wer vor allem auf den Faktor Kraft abzielt und möglichst schwere steile Steige oder auch Klettersteige vor sich hat und das als Tagestour durchziehen will, kann sich in den Wiederholungen zwischen 12 und 15 Wiederholungen bewegen. Schafft man bei den Übungen viel mehr, kann man entweder mehr Gewicht draufpacken oder eine schwerere Übung machen. Bis zu einem gewissen Punkt macht das definitiv Sinn, aber für sehr gut trainierte Bergsteiger unter euch muss ich gleich sagen, dass es ab einem Zusatzgewicht von 30 Kilo oder mehr einfach keinerlei relevanten Effekt mehr für das Bergsteigen hat. Zwei bis drei Sets einer jeden Übung sind ein guter Ansatz für ein vollständiges Workout. Dann ist das einfach Krafttraining für euch, aber wird das Bergsteigen nicht mehr so wirklich verbessern? Für das Bergsteigen ist es besser, in den Bereich der Kraftausdauer zu schauen. Wer so viele Tage am Stück unterwegs ist, sollte die Wiederholungen und Sets deutlich nach oben schrauben. Wie können wir das Training möglichst effektiv für die Ausdauer gestalten? Ich setze da stets auf so viele Wiederholungen, wie ich nur schaffen kann und gebe mir da keine fixe Zahl vor. Denn schaffe ich mehr als die vorgegebene Zahl, schöpfe ich nicht mein ganzes Potenzial aus und genau das will ich aber. Die Übungen sind aber unterschiedlich schwer, deshalb nehme ich mir eine Übung her, die möglichst leicht ist, sodass ich mindestens 30 bis 50 Wiederholungen schaffen kann. Meist sind das Kniebeuge mit weniger Gewicht oder Ausfallschritte. Bei den Boxübungen solltet ihr übrigens gar nicht mit Wiederholungen arbeiten. Hier ist es nämlich schlauer auf die Zeit zu achten, da man so besser den Überblick behält. Alle 5 Minuten die Seite, mit der man hochsteigt, wechseln, das Ganze 12 Mal und schon ist die Stunde rum. Natürlich sind all diese Workouts nicht so aufregend wie das Bergsteigen, aber immer noch besser als das Treppenhaus tausendmal auf- und abzulaufen. Das Argument, dass leichte Übungen auf Basis der Wiederholungen sinnlos sind, kenne ich aus dem Kraftsport. Deshalb betone ich hier nochmal, wir machen hier nicht Kraftsport. Großes Rufzeichen. Wir bedienen uns nur an den Übungen des Kraftsports, um das Bergsteigen möglichst gut zu simulieren und entsprechende Reize zu setzen. Nach 12 Mal auf eine Box steigen, ist das Bergsteigen ja nicht vorbei. Diese Boxen gibt es übrigens super günstig beim Baumarkt für wenige Euro, entweder aus Plastik oder aus Holz. Man kann es sich auch einfach selber bauen, wenn man durch Corona zum Heimwerker geworden ist. Und jetzt nach dem viel zu langen Video zwei Workouts, einmal für die Kraft und einmal für die Bergsteigensimulation. Es gilt beim Kraftworkout alle Übungen so zu machen, dass man 12 bis 15 Wiederholungen schafft. Schafft man weniger, muss Gewicht weg, beziehungsweise muss man leichtere Übungen besser trainieren. Schafft man mehr, kann man Gewicht drauflegen oder die Übung ist einfach zu leicht und kann ausgetauscht werden. Außerdem gilt bei der Kraft zwischen jeder Übung 3-4 Minuten Pause einzulegen, um die Qualität auch dementsprechend aufrecht zu erhalten. Nach einem Durchgang zwischen 10 und 15 Minuten Pause. Erste Übung. Kniebeuge. 12 bis 15 Wiederholungen. Zweite Übung. Ausfallschritte. 12 bis 15 Wiederholungen. Dritte Übung. Waden heben. Gerne auch 12 bis 20 Wiederholungen. Vierte Übung. Boxsteigen. 10 Minuten. 5 Minuten pro Seite. Fünfte Übung. Einbeinige Kniebeuge. 12 bis 15 Wiederholungen. Sechste Übung. Frei wählbar. Aus den heute gezeigten. Dann wieder von vorn beginnen. Das komplette Programm insgesamt dreimal machen. Für die Kraftausdauer sollten die Übungen wieder, wie gesagt, bis zur Ermüdung gemacht werden. Aber zumindest 30 bis 40 Wiederholungen sollten schon möglich sein. Sind so viele Wiederholungen nicht möglich, am besten leichtere Übungen machen, um die Belastung niedrig zu halten. Man ersetzt dann einfach alle zu schweren Übungen durch die nächst leichtere. Was bedeuten kann, dass man das ganze Workout ausschließlich Kniebeuge macht. Aber das ist ebenfalls kein Problem, da es genauso ein gutes Training fürs Bergsteigen ist. Zwischen den Übungen am besten 15 bis 20 Minuten Pause machen, um erneut auf eine richtig hohe Wiederholungszahl kommen zu können. Das Workout ist bei dieser Form des Trainings erst vorbei, wenn die Mindestzahl der Wiederholungen nicht mehr erreicht werden kann. Erste Übung. Kniebeuge. Mindestens 30, maximal 200. Zweite Übung. Dynamische Kniebeuge. Mindestens 30, maximal 150. Dritte Übung. Boxsteigen. Mindestens 20 Minuten, maximal 180. Alle 5 Minuten Seiten wechseln. Vierte Übung. Ausfallschritt. Mindestens 30, maximal 150. Ein zweiter Durchgang ist optional, aber nicht unbedingt notwendig. So liebe Bergsteigerinnen und Bergsteiger, so sieht mein Workout für die Beine aus, wenn es draußen mal wieder richtig ekelhaft ist oder auch die Straßen zugefroren sind oder ich im Urlaub oder im Flachland unterwegs bin oder was auch immer das Problem ist. Wie ihr seht, es gibt keine Ausrede für eine ausreichende, ordentliche Vorbereitung für die Berge. Bleibt hart, bleibt dran, trainiert fleißig. Wir sehen uns dieses Jahr stark motiviert und fit in den Bergen bei euren Traumprojekten, egal ob 3000er, Weitwandern, Extremklettern oder was auch immer. Bergheil.